Wir haben die Erklärung des Bundespräsidenten mit großem Respekt zur Kenntnis genommen. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns gewünscht hätten, dass der Präsident noch einmal antritt, aber er hat gute Gründe erläutert und er bleibt jetzt auf jeden Fall noch bis im Februar im Amt und deswegen haben wir überhaupt keinen Grund, jetzt eine hektische Diskussion über Nachfolgekandidatinnen oder Kandidaten zu führen. Es bleibt dabei, dass wir uns Zeit lassen und dass auch gar keine Notwendigkeit besteht, das jetzt auf die Schnelle, ich meine nicht einmal vor der Sommerpause, klären zu müssen und das würde jedem raten, sich da auch zurückzuhalten. Wenn mein Kollege Oppermann erklärt, dass es kein Kandidat der Union schaffen würde, dann kann ich nur sagen, es ist sicher nicht das erste Mal, dass ein Sozialdemokrat sich geirrt hat. Wir werden in dieser Woche auch das Terrorbekämpfungsgesetz beschließen. Da geht es vor allem darum, dass der Verfassungsschutz gemeinsame Dateien mit befreundeten Diensten erstellen kann, dass wir auch die Möglichkeit abschneiden, PriP-Handys einfach so sich nehmen zu können. Es muss jetzt auch die persönliche Identität angegeben werden. Das geht nicht mehr ohne Personalausweis und wie wichtig die Terrorbekämpfung ist, sehen wir ja auch daran, dass es immer wieder jede Woche fast neue Terroranschläge gibt, wie jetzt in der Türkei. Und das macht uns natürlich auch gerade im Hinblick auf die Europameisterschaften große Sorgen. Wir vertrauen darauf, dass die Franzosen die Sicherheit natürlich als oberste Priorität behandeln und hoffen auch, dass nichts geschieht. Aber wir müssen wachsam sein. Wir erleben in diesen Tagen, dass Kolleginnen und Kollegen für eine Entscheidung, die sie im Deutschen Bundestag getroffen haben, nämlich den Armenienantrag, attackiert werden, einige sogar Morddrohungen erhalten. Und dies von Menschen, die in unserem Land leben, das ist unerträglich. Und es ist auch unerträglich, dass der türkische Präsident Erdogan dies auch noch in einer Art und Weise anheizt, mit Begriffen, wo ich geglaubt habe, dass die im offiziellen Sprachgebrauch in Europa nicht mehr vorkommen. Wir werden heute auch in der Bundestagsfraktion uns noch einmal mit der Situation der deutschen Landwirtschaft beschäftigen. Wir haben ein Hilfsprogramm, das wir heute in der Fraktion einmal vorstellen. Und um zu untermauern, wie sehr wir uns um die deutsche Landwirtschaft kümmern, wird es heute für die Abgeordneten auch Milch im Ausschank geben. Eine Milch aus einer Molkerei, die ihren Bauern noch 40 Cent pro Liter Milch bezahlt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017